um aber wieder beendet bist du debatter ist hau da innen eieieieiei wirklich huiuiuiui aber na gut das wird schon das wird schon das wird schon müssen wir halt schauen vielleicht am besten auch noch ein bisschen umrüsten vielleicht ja gar nicht mal so schlecht ohne spaß wäre vielleicht wirklich gar nicht was so schlecht wenn wir da vielleicht ein bisschen jetzt umrüsten vielleicht ich habe ja auch hin und wieder einmal irgendwie ein paar sachen kriegt vielleicht gar nicht dann sowas reparieren er hat zum beispiel den stahlbogen ja das sagt man wenigstens zwei immerhin zwei sachen können wir schon mal das ist immer ganz wichtig kann ich dann etwa die vorräte zu kratten so ewige schöpfer schwer das wird ein bisschen schwerer werden ja das habe ich mir schon gedacht stahlschwert zum beispiel sowas zum beispiel ja wenn es geht ich glaube ja weniger dass da jetzt okay ja wenn es ein normales ist und nicht hat sich jetzt beim stahl anze stand ja fix stahl anze na gut immerhin immerhin ein klein mal zu einheiten der schutz eigentlich eher relativ gut auspasst so weit dann schauen wir mal der netto verweicht naja er ist eigentlich immer so super er ist angehebt wird da können wir eigentlich ruhig des ausrüsten dieses kaboblern das können wir auch lassen weil sie sowieso mit ihren fähigkeiten extrem barbara ist aus landes hat sie mir so hat sie nicht zu guter übungsland verstehe sowieso nicht ja das können wir aus das können wir leider suchen doch diesen los ja dann bastelt einfach die es sollte gar nicht wenigstens jetzt schon der hat jetzt schon ja jetzt kann man morgen gescheiden bogen daneben da die man in der rost scheiße was bern schatz aber hier ja stahlbogen plus super das sieht es auch gut aus wir haben eh glaube ich warte 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 wir haben eh noch was dazu cool so stahlanze genau das nehmen wir dann noch dazu ah da das kann man ruhig austauschen das kann man definitiv schau da hat sogar schon die stahlanze erreicht das ist auch wenigstens was schaut gut aus schaut auch gut aus ja schaut auch gut aus ja wir sagen gut vorbereitet du musst auch immer sagen let's go ok alles klar wieder mal wald links mitte rechts standard ok mehr bei der linken seite ok rechts sind sie mehr ein bisschen verteilt da oben ist sowieso klar ich würde mal sagen unser standard Leute haue ich gleich mal da nach 4 da unsere beiden zwei die sind sowieso schon standard machen da eh schon alle mehr so dann machen wir hier gleich mal das weg auch ein bisschen frei hätte ich gesagt ja das wird das gleiche gleich ihm so ein bisschen so mittig setzen das gleich mal na könnt ihr euch kurz überall ein bisschen ausscheißen mit ja 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 mit ja geht mit ja geht ja da einer ist weg da haben sie einen Patch draus gemacht ich glaube das habe ich aber eh schon erwähnt gehabt ich glaube das habe ich eh erwähnt gehabt da haben sie fix einen Patch rausgebracht gehabt wo wir nur noch einmal die Tür machen wollen ich finde das werden sie fix gemacht haben das ist ja komisch plötzlich noch einmal ach denn der hintere wäre besser das ist einfach der wahnsinn einfach keine chance da ist es aber kommt perfekt 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 den arisch oder wenn es bei drei verschiedenen klassen können dann ich habe da ich habe da ist aber dann baba unterwegs aber wirklich baba ich würde sogar sagen dass ich noch schaue dass ich mit der dann noch ein bisschen wieder extra noch schaden zufügen kann wie es das jenes wäre gar nicht so schlecht Okay, ja. Kein Schaden vorbei, ja. Sollte sich ja mal gekriegen, da ist mir wurscht. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut mit der Ausnetzgang. Bist du dabei? Werde da ordentlich einen abkriegt. Bist du teppert? Alter. Warst du, ob der Bogen hier so gut tut? Wie warst du? Irgendwie kommt es mir so vor. Was war doch ein bisschen besser, dann warst du nicht. Ich glaube, man kann trotzdem den Fokus auf das Reiten legen. Dann müssen wir dann schauen. Müssen wir sich das dann ein bisschen genauer anschauen. Wir können ja so, vielleicht ja im Menü dann noch extra die Einheiten, das Ziel kann man ja ändern. Das vielleicht gezielt werden kann auf das Reiten, aber dennoch das Reiten nicht benutzt im Kampf. Weil, das ist, das ist nicht gut bei der Art. Das ist wirklich nicht gut. Die ist ja doch schon eine, die was relativ, sagen wir nicht, allzu heftig ist. Und dann noch so ein Scheiß. Ist schon ein bisschen rarsch. Wie war das nochmal, wie der kippt uns? Ich glaube ja sehr wenig. Wie war das? Das war alles. Und ich hab's nicht gepackt. Oh das ist eine andere Kippte. Okay, man kann mich nicht auf das Reiten. Böhm, was ist die Kippte. Das arbeitende Kippte! die schätze hat die ausweichen nur ab ausweichen oder gehen wir auf den Dings los oder gehen wir auf den Dings los ja was bin ich zufrieden damit jetzt halt nicht daneben gehen aber sonst bin ich zufrieden perfekt so wie sich ja mal geschwächt so wer kümmert sich um den Ritter das ist auch eine gute Frage das kann eh auch machen ha 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 und die ist gar nicht auf alle Fälle machen sie ist auf alle Fälle so dann konzentrieren wir uns gerne mal da drauf ach Alter Bruder du musst ja nicht gleich auf kritisch machen er gibt den Klammer saftige Schelle ist er Wahnsinn warte machen wir machen wir das mal gemeinsam machen wir das mal gemeinsam machen wir das mal gemeinsam ah verlieren dort sowieso ist eh klar so ich bin ich würde diesen dreck zum du ach das du ach ach kein Unterschied super Ja, du machst sowieso keinen Schaden. Das ist wenigstens... Uff. Boah. Super dumm. Nice. Das ist nice. Doppelte Sache gleich einmal. Das ist auch nicht schlecht. Nee, das ist auch nicht schlecht. Gleich einmal doppelte Sache. Wahnsinn. Jetzt wollte ich schon sagen. Und? Gib's dann gleich einmal aufs heftigste, oder was? Ich würde gerne ihm angreifen, aber ohne zu... Ich würde jetzt gerne den Bogen machen. Ja, die lässt mir ja jetzt nicht den Bogen... Auszugeben. Oh. Oh. Okay. Ja. Ich glaube, da bauen wir keinen Bogen mehr. Ja. Das ging... Aber es ist ja flott, ja. Ach, du Scheiße. Ja, da bauen wir definitiv keinen Bogen. Ach, gib ihm ein bisschen. Ja, wenn es es geben kann, dann lieber. Kann man gut gebrauchen, dann bis später. So. Kann man gut gebrauchen, weil wenn der dann angreift, dann muss er vielleicht sogar schon hier. Wenn man klickt hat. Ah, sammeln. Für alle Fälle, für eine gute Verteidigung. Muss auch sein. Ja. Ja. Hat nicht gereicht. Hat nicht gereicht, aber es ist weniger. Ist geil jetzt. Also andere kann auch gleich mal angreifen. Ist kein Problem. Greif an. Greif an. Der gibt mal wieder Savann sind. Genn doch mal. Komm, 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 komm. Geh, bitte. Da ist kein Arm, geh. Ach, du Scheiße. Also wir wissen es definitiv schon einmal, wer hier der Held sein wird. Also wenn sie nicht der Held sein wird, dann war es aber auch nicht. Wer bist du, nahrisch? Äh. Sind wir das schon fertig, oder was? Wir haben noch einmal gewusst, ob das wir da schon fertig sind. Wer bist du, nahrisch? Da können wir weg, ja, der Wichser. Aber die werden vom Feinsten hier. Ah, Wahnsinn. Wird weggelaufen. Der Beidl. So. Dann. Er gleich einmal und tschüss. Au. Er muss natürlich wieder beweisen. Ah, scheiße. Gern mal Level ab. Affekt. Dann haben wir es eh schon geschafft. So, dann haben wir es, nix ist ja eigentlich eh auch schon wieder Ende des Monats. Ja, nicht einmal Seminar, ah, wazi. Na gut, dann am besten gleich mal vorbereiten. Weil zwei Dinger sind auch gleich mal abgebrochen, da müssen wir auch drauf achten. Ich bin schon gespannt. Aber ich bin noch immer gespannter, was es damit auf sich hat mit diesem Einhaber da. Weil plötzlich, es sieht keiner, aber wie schon? Wir müssen bald in Sicht von Fort Mercius sein. Es sieht, dass die Krieg sehr beeindruckt hat. Die Imperial-Armee hat ein paar von seinen Lüster verloren. Wir sollten das Fort nicht zu viel Probleme sein können. Ja. Wir dürfen das ja nicht vergessen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Aber dann könnten wir aber vielleicht auch umzingelt sein. Also, müssen wir schon ein bisschen aufpassen. Also, die, die ich auf alle Fälle fertig mache. Alter, auf dem bin ich ja sowieso ganz scharf, seitdem der... Hoppala, muss ich mir gleich mal gescheit aufsetzen. Alter, seitdem der endlich mal das erste Mal angezeigt worden ist und da hat verpasst, dass ich da nicht gesagt habe. Was, jedes Mal. Einmal haben wir es schon geschafft habe, ich will ihn komplett rasieren. Und er wird definitiv um einiges stärker sein. Ich hoffe noch, dass sein Design verändert worden ist, weil sein Design war ja sowieso Barber. Oh ja. Ja, nur ein paar Stacheln mehr, aber trotzdem Barber. Alter, ich will unbedingt wissen, wer drunter ist. Ah, das würde ich auch feiern. Ah, wer könnte denn der da drunter sein überhaupt? Ich glaube, dass wir ein random Gegner sind. Ich glaube sogar, ich hoffe sogar, dass es irgendein komplett eigenständiger Charakter ist, der was schon von Anfang an so böse ist. Auf das würde ich mich schon freuen. Na gut. Ähm, Examen wirkt, ja, bei uns, gell? Da wird es eh wieder nicht schaffen. Oh, hätte man wenig stoppen. Oh, wirst. Da wird es eh nicht schaffen. Boom. Immer und immer. Ja, wir probieren es trotzdem. So, so, so gut wie es geht, probieren wir es halt trotzdem. Oh, da probier es aber trotzdem. Ja, ist... Ah, vielleicht hat der möglich. Ja. Ey, klar. Versuchen kann man es ja. Versuchen kann man es ja. Ach. Wir haben auch noch. Also, kein Besitz. Ah, dann muss ich gleich mal zu dem Markt einkaufen gehen. Warte kurz. Ähm, haben wir was zum Reparieren? Also, habe ich überhaupt noch... Ähm, eh, nix mehr davon. Das ist super. Ähm, voll schmieden. Haben wir da? Oh, da wird es ein bisschen auch ein bisschen... Ähm, eng, wenig. Jo, passt. Weil das wär so geil, wenn man das wenigstens kaufen könnte, die Scheiße. Das wär wenigstens was. Ja, dann... Ah, dann kann man auch schon kaufen. Perfekt. Das war ja super für derer. Habe ich so wenig Geld oder kann ich nur nicht kaufen? Achso, nur weil es für seine Klasse nicht... Äh, bitte. Äh, bitte. Äh, bitte. Wurzschwert. Das ist alles zieh und bitte. Oh, das ist nicht schlecht. Da, Klamotier ist auch noch dazu. Das ist auch nicht schlecht. Ja, da gäbe ich gern Geld aus. Da muss ich schon sagen. Aber... Da müssen wir dann nochmal hin. Da laden, oder? Ja, voll. Beim Laden. Ja, für bessere Verteidigung und so ist es sicher nicht schlecht. Ich glaub, für die zukünftigen Schlachten... Joa, ja, wieso nicht? Für die zukünftigen Schlachten kann man das sicher gebrauchen. Na gut. Dann würde ich die natürlich wieder einweisen. Na moin. Ah, voll. Ja, Ziel. Das habe ich ja ganz vergessen. Bei dir. Bei dir. Definitiv. Am besten wäre es... Naja. Trotzdem der Bogen. Am besten so eine Mischung aus Beinen. Wirklich. Ah. Das ist geil. Das ist geil. Nein. Nur... Am besten... Okay, Lanze. Ja, aber sie ist ja eh schon bei Ezra. Nein. Da kommt die Lanze hin, damit das verstärkt wird. Also eh das da. Aber nur... Ich will, dass sie da das wechselt. Also dass man da das irgendwie wechseln kann. Ich glaube, das kann man eh auch hier ändern. Hoffe ich mal zumindest. Oh. Sie kann das ja auch schon machen. Ach so. Wir haben kein Ultima Siegel mehr. Ach so. Ach so ist das. Ja, probieren kannst du es. Vielleicht kommt es auch dann besser mit dem Pferd klar. Oh, bestanden hat es schon mal. Na, vielleicht kommt es dann besser mit dem Pferd klar. Oder sollen wir es wieder mit dem Dings machen. Irgendwo kann man das ändern, das weiß ich. Irgendwo kann man das ändern. Das kommt doch, das kommt noch. Aha, ja, fix auch noch. Der vollgepackte da. Hihi. Oh, wenn er der Ritter wäre, bist du da, ist aber... Ja, sexy Hexy. Ach der Scheiße, schaut der Kacke aus so. Aber das habe ich nicht gesagt. Ach der Scheiße. Ja, warte kurz. Warte kurz, warte kurz. Ach so, da muss ich ja wieder so hingehen. Das ist ja auch wieder so blöd gemacht. Items. Ach so, das ist nur Oberstufe, gell. Das ist arsch. Ah. Warte. Da, die, warte, 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 warte. Wir müssen, sowieso einmal da. Das einmal lagern, das einmal lagern. Die Dinge müssen wir sowieso mal lagern. Und gönnen sich gleich mal, da die zwei Dinger da. Ach, das ist so ein Dreck jedes Mal. Nehmen. Oh. Ja, dann soll es irgendwie anderen... Oh. Da ist aber viel los. Passt. Ja. Passt. Schau mal klar um. Das können wir nehmen. Ja, du bist ja jetzt meine rechte Hand, Iggy. Du hast jetzt sehr viele Möglichkeiten. Ja. Alter, dieses Drecks ist immer mit so einer Scheiße-Hum-Drückerei. Das geht mir jetzt ganz voll auf den Nusser weiter. Sagt's euch. Passt. Perfekt. Wieder stärker. Die ist das hier. Na, moin. So. Und dann für's Kämpfchen kann man, ja, aber okay, wir können eigentlich auch wieder verkaufen. Warte. Geh mal klar wieder auf den Markt. Wir sind ja mal ein bisschen wieder verkaufen. Bei dir. Dir ist was. Perfekt. Wir haben eigentlich wieder relativ viel. Oh, da haben auch wieder was. Perfekt. Ich glaub, beim Vorrat war dann auch... wieder eine Menge. Oder war das dann gleich mit der anderen verbunden? Die könnte aussehen. Ha. Wie viel da... Wie viel da nicht repariert worden ist. Ja, was. Ja. Na, cool. Passt. Vision. Stopp.